Mein Name ist Armand Stranscher, ich bin Lötzebäuer, ein Artist professionell, ein Schwer-de-Log an der Bank Internationale in Luxemburg ausstelle. Dieses Jahr ist die Ausstellung eigentlich ein Next-Time-Efenement, weil es hier 160 Jahre existiert hat und es schon versucht, den Anniversal zu thematisieren. Nun hat es mir dann angefangen, Just as 10 times 16. Für was? Das war ja AS-Semis-Initial und 10x16 als 160. Das fährt dann. Ich muss einmal die 160-Juhr, nicht gerade 160-Juhr bis 2000, Tante Mission an all die Geldscheiner, die alle guten Forsement und Ikonographie haben, und immer mehr Männer haben schon noch festgestellt, dass in diesem Anfang Zeitzeile sind von den respektive Courant-Artistik von dem Moment. Schon dort ist die Aufgabe für die Bilder, die auf den Geldscheiner sind, die Personagen, die Strukturen, die Symbole, die Ornamente, oder zu holen und die Teilkeile sinnzulassen, so schnell an eine neue Form zu setzen. Und das sind dann eben auch, wenn es dem Geburtstag, 16 Bilder gehen für das Statement 180-Juhr, das Anniversal von der Welt. Das ist die Basis. Einige sagen, dass es wichtig wäre, wirklich etwas auch sinnzulassen, also nicht komplett zu reinterpretieren. Natürlich ist es die Form einer, ich sage es die Kari, und natürlich sind sie auch regruppiert, eigentlich das zusammen gesagt, die Layout, also komplett andere wie ein Geldschein. Aber die einzelnen Elemente, die kommen alle Götten aus den Geldscheinen, und zwar Teilkeil. Es wurden sich nicht geändert, denn da, in den Abelsteuer, da steht, für einen Schmelz, den Schein, dann ist es von einem Schein aus den 20er-Jahren, dann ist der Abelsteuer an der Pinte, so wie ein Nass und ein Geldschein an den 20er-Jahren, schon ein bisschen, ein Schutchen mehr Farben, mehr verschiedene Farben gebraucht, wie der Geldschein sie hier gehen hat, und man trotzdem versucht, so nur wie möglich, in den einzelnen Teinen, in den einzelnen Bron-Blo-Grot-Teinen, oder Green-Teinen zu bleiben, die am Schein abtauchen. Ich meine, es gibt keinen Lützebäuer-Artist, oder Artisten aus der Großregion, der, wenn es so geht, kann es in der Galerie eine Indipendance ausstellen, der nicht so geht. Da darf ich schon mal sicher sagen, dass es einfach etwas, was als Galerie etwas hier gibt, was aber bei weitem nicht ein von den flotsten Lieuen ist, was du kannst zu Lützebäuer ausstellen. Was ist das ist das, das ist die Zeit, was ich auch schon mit den spitzen. Da kann ich eigentlich auch etwas nachdenken. Ich werde das, was ist das, was ich auch bei dir. Entschuldigen geht. Wo ist das nicht? Wenn du das nicht auch bei dir.